Auf eine Tasse Kaffee mit Jan Schmiedl. Dein Podcast mit alltagstauglichen Tipps und Impulsen für dein persönliches Wachstum. Lotto. Ach, wenn ich doch. Moin aus Hamburg, hier ist der Jan mit seinem Kaffee. Ja, Lotto. Ach, wenn ich doch, wenn ich doch im Lotto gewinnen würde. Ja, kennst du diesen Gedanken? Also, ich wette ja, denn die meisten Menschen denken wenigstens einmal in ihrem Leben wirklich daran. Wie würde sich dein Leben verändern, wenn du mal so richtig fett im Lotto gewinnen würdest? Das ist so richtig fett. Also, ich sag mal so eine bis fünf Millionen Euro oder sogar mehr. Ja, also, wie sähe dein Leben aus? Beschreib es mal so in den schönsten Farben und so detailliert wie möglich. Am besten, du schreibst das auf. Ja, wo würdest du wohnen, was anziehen, wo einkaufen vielleicht? Ja, welche Autos würdest du fahren, was würdest du essen? Würdest du noch arbeiten? Ja, vielleicht in dem Job, den du jetzt gerade machst. Übrigens, wenn die Antwort auf die Frage mit deinem Job auf gar keinen Fall ist, könnte es sein, dass du gerade eben etwas völlig verkehrtes machst. Nur so mal nebenbei. Weißt du, weißt du, was mit den meisten Lotto-Gewinnern passiert? Also, ich habe jetzt nicht so die super Statistik oder die Zahlen gerade eben vor mir liegen, aber so ungefähr nach drei bis fünf Jahren haben sie alle viel weniger Geld als vor dem Gewinn. Krass, oder? Ja, das liegt unter anderem daran, dass sie mit dem Geld nicht umgehen können. Denn, wenn du es gewohnt bist, 30.000, 40.000, ich sage mal 60.000, 80.000 Euro im Jahr zu verdienen und dann hast du auf einmal so viel Geld, ja, das packt dein Unterbewusstsein nicht so. Und, ja, vielleicht mache ich mal einen Geld-Podcast. Ja, das ist ja jetzt gerade eine spontane Idee, während ich das einspreche. Ja, also, dein Unterbewusstsein packt das nicht, denn du bist es ja nicht gewohnt, dass du auf einmal so viel Geld hast. Das ist übrigens auch ähnlich mit der Persönlichkeitsentwicklung. Wer da meint, super schnelle Veränderungen herbeiführen zu müssen, der wird sich später richtig umschauen. Plötzliche Veränderungen sind meist nicht so dolle, wie es den Anschein hat. Und auch ein Lotto gewinnen muss nicht immer gut sein. Deswegen ist es wichtig, dass du dir so genau vorstellst, was deine Veränderung für dich mit sich bringt. Ja, vielleicht legst du ja auch Geld an und denkst als erstes daran, bevor du ans Ausgeben denkst. Nur mal so, ja. Und wichtig ist, dass du diese Fragen wirklich für dich klärst. Hast du denn vielleicht auch noch deine Freunde, die du jetzt hast, wenn du im Lotto gewonnen hast? Oder, und wenn nicht, ja, warum hast denn du die heute noch? Na ja, weißt du, obwohl ich jetzt viele negative Dinge über einen Lottogewinn gesagt habe. Einen Lottogewinn, der kann schon richtig geil sein, ne? Der kann schon richtig klasse sein. Denn, wenn wir beide mal ehrlich sind und ich dir mal ganz tief in die Augen schaue, dann kann ich nur zu dir sagen, weißt du, du, genau du hast schon im Lotto gewonnen. Ehrlich. Wenn du wissen willst, wie ein Lottogewinner ausschaut, du, dann schau doch gleich mal in den Spiegel. Denn du bist ein Lottogewinner. Mit allem, was dich ausmacht, hast du nämlich schon gewonnen. Du bist auf diesem Planeten, ja? Du hast schon gewonnen. Bist quasi, ja, das kann man jetzt nicht sagen, wie so eine Lottokugel gezogen worden, ja? Aber, ja, das ist doch irgendwie, ne? Bist du ja auf die Welt gekommen. Und das Geniale dabei ist, als Lottogewinner hast du die Wahl, Entscheidungen für dich zu treffen. Dieses Bild von dir, wie du leben würdest mit einem Lottogewinnen. Du brauchst nur eine Entscheidung zu treffen und dich darauf hin zu bewegen. Wenn du natürlich nichts dafür tust, wird das Leben immer nur ein Traum bleiben. Und das kann sich sogar zu einem Albtraum entwickeln. Wenn du allerdings anfängst, und mal mit diesem Bild dir das anzugucken, wie es wäre, wenn du im Lotto gewinnst, und dann daraufhin dich mal von diesem ganzen, ja, materiellen und vor allem mentalen Müll, ja, dich trennst, der so in deinem Kopf ist oder der dich gerade umgibt, ja, dann wird dein Leben um vieles, vieles leichter. Du bist ein Lottogewinn. Du bist das Beste, was dir in deinem Leben passieren konnte. Und es ist völlig egal, was in der Vergangenheit war. Wichtig ist, wie du deine Zukunft gestaltest. Schau jeden Tag in den Spiegel und treffe eine Entscheidung für dich. Mach dir klar, was du am liebsten tust. Und dann mache das ganz einfach. Lebe dein Warum. Komm gut. In deine Woche. Heute ist Montag, wo der Podcast rauskommt. Und heute wird auch das allerletzte Mal sein, dass der Podcast auf Podomatic herauskommt. Also alle, die mich über iTunes hören. Für euch wird das, wird sich nichts ändern. Der Podcast wird weiterhin bei iTunes so erscheinen. Dies geht nur alle an, die über Podomatic hören. Ich bin ab Freitag, wenn die Technik, der Technik-Gott, mein Daniel, der den Podcast hier ausschneidet, und noch so ein, zwei andere technische Sachen da mitentscheiden, bin ich dann bei Lipsen. Warum? Weil es mir mehr Möglichkeiten gibt. Ja, so. Also, komm gut in die Woche. Ich bin total gespannt auf die Woche, was jetzt alles in dieser Woche passiert. Und natürlich auf den Freitag für meinen ersten Podcast bei Lipsen. Okay. Mach's gut. Lottogewinner. Lottogewinner. Vielen Dank.